Leon, mach's jetzt mal los! Ok, ja. Habt viel Spaß. Ey, wisst ihr, ich hab grad so voll Bock auf Urlaub, wenn ich auch... Der Film spielt im heutigen Jahr bloß, dass es den FDGB noch gibt. Ja klar, wie bucht man sowas? Zufälligerweise bin ich der Vorsitzende in meinem Betrieb vom FDGB. Also wenn ihr wollt, kann ich euch da gerne helfen. Also der FDGB, das ist der freie deutsche Gewerkschaft und der ist der Hauptbrandbieter von Urlaubsplätzen hier in der DDR.